G.M.Factory präsentiert Horrorgeschichten von Ambrose Beers Gelesen von Gregor Schweitzer Horrorgeschichten von Ambrose Beers erschienen im Insel Verlag Aus dem Amerikanischen von Gisela Günther, Anneliese Strauß und Karl Bruno Leder Copyright der deutschen Übersetzungen Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG Berlin Eine Totenwache In einem der oberen Zimmer eines unbewohnten Hauses, in dem Teil von San Francisco, der als North Beach bekannt ist, lag unter einem Laken der Leichnam eines Mannes. Es war gegen die neunte Abendstunde und das Zimmer war durch eine Kerze schwach erhellt. Obgleich warmes Wetter herrschte, waren die beiden Fenster, entgegen dem Brauch, den Toten viel Luft zu gewähren, geschlossen und die Jalousien heruntergezogen. Die Einrichtung des Zimmers bestand nur aus drei Möbelstücken, einem Lehnstuhl, einem kleinen Lesepult mit der Kerze darauf und einem langen Küchentisch, auf dem der Leichnam des Mannes lag. Dies alles, wie auch der Leichnam, schien erst vor kurzem hereingebracht worden zu sein. Denn ein Beobachter wäre einer dagewesen, hätte gesehen, dass diese Dinge von Staub frei waren, während alles Übrige im Raum reichlich damit bedeckt war, und in den vier Zimmerecken gab es auch Spinnweben. Unter dem Leintuch konnte man die Umrisse des Körpers erkennen, sogar die Gesichtszüge, welche jene unnatürlich scharfe Ausgeprägtheit hatten, die zum Antlitz eines Toten zu gehören scheint, die aber wirklich charakteristisch nur für diejenigen ist, die an einem zehrenden Leiden zugrunde gegangen sind. Aus der Stille des Raumes hätte man mit Recht geschlossen, dass er nicht an der Vorderfront des Hauses, nicht zu einer Straße hin lag. Tatsächlich blickten auch die Fenster nur auf eine hohe Felswand, da die Rückfront des Gebäudes gegen einen Berg gesetzt war. Als die Glocke einer nahegelegenen Kirche neun Uhr schlug, mit einer Indolenz, in der so viel Gleichgültigkeit gegen das Fliehen der Zeit lag, dass man sich verwundert fragen musste, warum sie sich überhaupt die Mühe machte zu schlagen, öffnete sich die Zimmertür, ein Mann kam herein und ging zu dem Leichnam hin. Während er dies tat, schloss sich die Tür offenbar von selber. Es gab ein knirschendes Geräusch, wie von einem Schlüssel, der sich schwer umdrehen lässt, und dann das Schnappen des einrastenden Türschlosses. Draußen im Korridor verhalten Schritte, die sich entfernten, und der Mann war allem Anschein nach ein Gefangener. Einen Moment stand er vor dem Tisch und sah auf die Leiche hinab. Dann ging er mit leichtem Achselzucken zu einem der Fenster und zog die Jalousie hoch. Draußen herrschte vollkommene Finsternis, und die Scheiben waren bedeckt von Staub. Als er ihn aber wegwischte, konnte er sehen, dass das Fenster mit starken Eisenstäben vergittert war, die das Glas in Abständen von wenigen Zoll überkreuzten und auf beiden Seiten ins Mauerwerk eingelassen waren. Er untersuchte das andere Fenster. Es war genauso. Er zeigte kein besonderes Interesse für diese Angelegenheit. Nicht einmal so viel, dass er das Fenster öffnete. Wenn er ein Gefangener war, so war er jedenfalls ein Fügsamer. Nachdem er die Untersuchung des Raumes beendet hatte, ließ er sich im Lehnstuhl nieder, nahm ein Buch aus der Tasche, zog das Pult mit der Kerze näher und begann zu lesen. Der Mann war jung, nicht älter als dreißig Jahre, von dunklem Teint, bartlos und hatte braunes Haar. Sein Gesicht war schmal, mit scharfer Nase und breiter Stirn. Kinn- und Kieferpartie waren stark ausgeprägt, was diejenigen, bei denen es auch so ist, für Zeichen von Energie ansehen. Die grauen Augen waren ruhig und immer fest auf ein ganz bestimmtes Ziel gerichtet. Jetzt blickten sie meistens in das Buch, gelegentlich aber wandte er sie dem Körper auf dem Tisch zu, doch offensichtlich weder aus irgendeiner düsteren Faszination, die unter solchen Umständen sogar einen couragierten Menschen hätte befallen, noch in bewusster Auflehnung gegen ein entgegengesetztes Empfinden, das einen furchtsamen Menschen hätte beherrschen können. Er sah ihn an, als ob er beim Lesen auf etwas gestoßen wäre, was ihn an seine Umgebung erinnert hätte. Sicher ließ dieser Totenwächter seine Überlegenheit mit Intelligenz und Haltung walten, wie es seiner wohl würdig war. Nachdem er etwa eine halbe Stunde gelesen hatte, schien er ans Ende eines Kapitels gekommen zu sein und legte das Buch ruhig beiseite. Dann stand er auf, nahm das Pult vom Boden, trug es in eine Zimmerecke in die Nähe eines der beiden Fenster, ergriff die Kerze und kehrte zu dem Platz am leeren Kamin zurück, vor dem er gesessen hatte. Einen Augenblick darauf ging er zu dem Leichnam am Tisch hinüber, hob das Laken und zog es vom Kopf weg, wobei er eine Masse von dunklem Haar aufdeckte, sowie ein dünnes Tuch, unter dem die Gesichtszüge sich mit noch deutlicherer Schärfe zeigten als zuvor. Während er die Augen beschattete, indem er seine freie Hand zwischen sich und die Kerze hielt, die ihn blendete, stand er und sah mit ernstem und gelassenem Blick auf seinen reglosen Gefährten. Befriedigt von dieser Inspektion, zog er das Leintuch wieder über das Gesicht, kehrte zu seinem Stuhl zurück und entnahm dem Kerzenständer ein paar Streichhölzer, steckte sie in die Jackentasche und setzte sich nieder. Dann nahm er die Kerze aus dem Halter und betrachtete sie kritisch, als berechnete er, wie lange sie noch reichen könnte. Sie war gerade noch zwei Zoll lang, und in einer Stunde würde er im Finstern sein. Er steckte sie in den Halter zurück und blies sie aus. In einem ärztlichen Sprechzimmer in der Kearney Street saßen drei Männer um einen Tisch, tranken Punsch und rauchten. Es war spät abends, beinahe schon Mitternacht, und an Punsch hatte es keinen Mangel gegeben. Dr. Halberson, der Älteste der drei, war der Gastgeber, und sie befanden sich in seinen Räumen. Er war etwa dreißig Jahre alt, die beiden anderen waren sogar noch jünger, und alle drei waren Mediziner. Die abergläubische Furcht der Lebenden vor den Toten, sagte Dr. Halberson, ist ererbt und unheilbar. Keiner braucht sich ihrer zu schämen, genauso wenig wie beispielsweise der Tatsache, dass er eine Unbegabtheit für Mathematik geerbt hat oder eine Neigung zum Lügen. Die anderen lachten. »Soll sich ein Mensch denn nicht schämen, ein Lügner zu sein?«, fragte der Jüngste von den dreien, der eigentlich noch Medizinstudent war und noch keinen akademischen Grad hatte. »Mein lieber Harper, davon habe ich nichts gesagt. Die Neigung zum Lügen ist eine Sache für sich, Lügen eine andere. Aber halten Sie denn dieses abergläubische Gefühl,« sagte der Dritte, »diese Furcht vor den Toten, so unvernünftig sie unseres Wissens ist für ganz allgemein? Ich persönlich bin mir Ihrer nicht bewusst.« »Ach, sie steckt aber in Ihnen drin,«, erwiderte Halberson. »Es bedarf nur der richtigen Bedingungen dessen, was Shakespeare das begünstigende Klima nennt, damit sie sich auf eine recht unangenehme Art zeigt, die Ihnen dann die Augen öffnet.« »Natürlich sind Mediziner und Soldaten viel eher fast frei davon als andere Leute.« »Mediziner und Soldaten? Warum fügen Sie nicht hinzu Henker und Scharfrichter? Sagen wir alles in allem die Kategorie der Mörder?« »Nein, mein lieber Mantra. Die Geschworenen lassen die öffentlichen Strafvollstrecker nicht zu genügender Vertrautheit mit dem Tod kommen, um gänzlich unberührt von ihm zu sein.« Der junge Harper, der sich an einem Seitentischchen mit einer neuen Zigarre bedient hatte, setzte sich wieder auf seinen Platz. »Was würden Sie denn als diejenigen Bedingungen betrachten, unter denen ein vom Weibe geborener Mensch sich in unerträglicher Weise seines individuellen Anteils an unserer allgemeinen Schwäche in dieser Hinsicht bewusst würde?«, fragte er etwas weitschweifig. »Nun, ich würde sagen, wenn ein Mann die ganze Nacht über mit einer Leiche eingesperrt wäre, allein in einem finsteren Raum eines leerstehenden Hauses, ohne Bettdecken, die er sich über den Kopf ziehen könnte, und das durchhielte, ohne im Geringsten überzuschnappen, dann könnte er sich wohl rühmen, weder vom Weibe auf normale Weise geboren, noch auch durch einen Kaiserschnitt wie Macduff zur Welt gekommen zu sein. »Ich dachte schon, Sie würden gar nicht mehr damit aufhören, die Bedingungen zu häufen,«, sagte Harper. »Aber ich kenne einen Mann, der weder Mediziner noch Soldat ist, der Sie alle akzeptieren wird. Darauf wette ich, was Sie wollen.« »Wer ist denn das?« »Er heißt Jarrett, ein Zugewanderter hier in Kalifornien. Kommt aus der gleichen Stadt in New York wie ich. Ich habe nicht das Geld, um auf ihn zu wetten, aber das wird er selber reichlichst besorgen. Woher wissen Sie das?« »Weil er lieber wetten als essen würde. Und was die Furcht angeht, so wage ich zu behaupten, dass er Sie für eine Art Hautkrankheit hält oder möglicherweise auch für eine besondere Sorte religiöser Irrlehre.« »Wie sieht er aus?« Halberson wurde offensichtlich interessierter. »Genau wie Mentor könnte sein Zwillingsbruder sein.« »Ich nehme die Wette an,« sagte Halberson bereitwillig. »Denke, dass ich Ihnen für das Kompliment schrecklich verpflichtet bin,« gähnte Mentor, der immer müder wurde. »Kann ich da nicht auch mitmachen?« »Nicht gegen mich,« sagte Halberson. »Nicht Ihr Geldwillig.« »Schön,« sagte Mentor. »Dann werde ich eben die Leiche spielen.« Die anderen lachten. »Das Ergebnis dieses verrückten Gesprächs haben wir bereits gesehen.« Bei der Schonung seiner mageren Kerzenration war es Mr. Jarretts Absicht, sie für einen unvorhergesehenen Bedarfsfall aufzusparen. Auch mochte er gedacht oder doch halbwegs gedacht haben, dass die Finsternis zur einen Zeit nicht schlimmer sein würde als zu einer anderen und dass es, falls die Situation unerträglich würde, besser wäre, die Möglichkeit zu haben, sie zu erleichtern oder sogar sich aus ihr zu befreien. Auf alle Fälle war es klug, eine kleine Lichtreserve zu haben, auch wenn sie nur dazu taugte, dass er auf seine Uhr sehen konnte. Kaum hatte er die Kerze ausgeblasen und sie neben sich auf den Fußboden gestellt, als er sich auch schon bequem in seinem Sessel zurechtsetzte, sich zurücklehnte und die Augen schloss, in der Hoffnung und Erwartung einzuschlafen. Hierin wurde er enttäuscht. Nie in seinem Leben hatte er sich weniger schläfrig gefühlt, und nach ein paar Minuten gab er den Versuch auf. Was aber sollte er anfangen? Er konnte doch nicht in vollkommener Finsternis herumtappen, auf das Risiko hin, sich irgendwo zu stoßen, auf das Risiko auch gegen den Tisch zu stolpern und den Toten grob zu stören. Wir alle erkennen ihr Recht an, in Frieden zu ruhen, geschützt vor allem, was roh und gewalttätig ist. Jarrett hatte beinahe Erfolg damit, sich einzureden, dass Überlegungen dieser Art ihn davor zurückhielten, die Kollision zu riskieren und ihn an seinen Sessel festnagelten. Während er über diese Angelegenheit nachdachte, bildete er sich ein, aus der Richtung des Tisches ein schwaches Geräusch zu hören. Welche Art von Geräusch hätte er schwerlich erklären können? Er wandte den Kopf nicht um. Warum sollte er auch? In dieser Dunkelheit? Aber er horchte, warum sollte er auch nicht? Und horchend wurde er schwindlig und packte die Armlehnen des Sessels, um sich zu stützen. In seinen Ohren summte ein befremdliches Klingen. Sein Kopf schien zu bersten. Seine Brust war bedrängt von der Beengung seiner Kleider. Er fragte sich, woher das komme und ob es Symptome der Angst seien. Plötzlich schien seine Brust unter seinem langen, heftigen Ausatmen zusammenzufallen, und mit dem mächtigen, schweren Einatmen, mit dem sich seine erschöpften Lungen wieder füllten, verließ ihn das Schwindelgefühl, und er merkte, dass er dermaßen angestrengt gehorcht hatte, dass er den Atem fast bis zum Ersticken anhielt. Diese Erkenntnis war ihm verdrießlich. Er stand auf, stieß den Stuhl mit dem Fuß beiseite und strebte mit langen Schritten zur Mitte des Zimmers. Aber in der Dunkelheit kommt man auf diese Art nicht sehr weit. Er begann umherzutasten, und als er die Wand gefunden hatte, verfolgte er sie bis zur Zimmerecke, machte eine Wendung, folgte ihr an den beiden Fenstern vorbei, und da, in der nächsten Zimmerecke, stieß er heftig gegen das Lesepult und warf es um. Das Klappern erschreckte ihn. Er war ärgerlich. Verdammt! Wie konnte ich denn vergessen, wo es steht? brummte er, und ertastete sich die dritte Wand entlang den Weg zum Kamin. Ich muss die Sache wieder in Ordnung bringen, sagte Mr. Jarrett, und tastete am Boden nach der Kerze. Nachdem er sie gefunden hatte, zündete er sie an und richtete den Blick sofort auf den Tisch, wo sich natürlich nicht das Mindeste verändert hatte. Das Lesepult lag irgendwo am Boden. Er hatte vergessen, dass er es in Ordnung bringen wollte. Er sah sich im ganzen Raum um, dessen tiefere Schatten er durch die Bewegungen mit der Kerze zerstreute, und schließlich versuchte er, nachdem er zur Tür hinübergegangen war, sie zu öffnen, indem er mit aller Kraft an dem Griff drehte und zog. Der aber gab nicht nach, was ihm eine gewisse Befriedigung zu gewähren schien. Tatsächlich sicherte er ihn noch zusätzlich durch einen Riegel, den er zuvor nicht bemerkt hatte. Zu seinem Stuhl zurückgekehrt schaute er auf die Uhr. Es war halb zehn. Mit erschreckter Verwunderung hielt er die Uhr ans Ohr. Sie stand keineswegs. Die Kerze war jetzt deutlich kürzer. Wieder löschte er sie und stellte sie wie vorher neben sich auf den Boden. Mr. Jarrett war es nicht behaglich zumute. Er war durchaus unzufrieden mit seiner Umgebung und mit sich selbst darüber, dass er das war. Was habe ich denn zu fürchten, dachte er. Das ist lächerlich und unwürdig. Ich werde doch kein solcher Narr sein. Aber Mut kommt weder, wenn man sagt, ich will mutig sein, noch weil man ihn der Gelegenheit angemessen findet. Je mehr Jarrett sich selber missbilligte, umso mehr Grund gab er sich zur Missbilligung. Je größer die Anzahl der Varianten wurde, die er sich über das Thema von der Harmlosigkeit der Toten vorspielte, umso schlimmer wurde der Missklang seiner Empfindungen. »Was«, rief er ganz laut in seiner Seelenqual, »soll ich, der keinen Schatten von Aberglauben im Herzen hat, ich, der nicht an die Unsterblichkeit glaubt und der weiß, und zwar noch niemals bestimmter als gerade jetzt, dass das Leben nach dem Tode ein Wunschtraum ist? Soll ich etwa meine Wette verlieren und meine Ehre und meine Selbstachtung, womöglich meinen Verstand, weil irgendwelche barbarische Vorfahren, die in Höhlen und Erdlöchern lebten, die monströse Idee ausgeheckt haben, dass die Toten bei Nacht umher wandeln, das...« Deutlich und unverkennbar hörte Mr. Jarrett hinter sich ein leichtes, weiches Geräusch von Schritten. Behaltsam, gleichmäßig, näher und näher kommend. Kurz vor Anbruch des nächsten Morgens fuhren Dr. Halberson und sein junger Freund Harper in dem Coupé des Arztes durch die Straßen von North Beach. »Haben Sie immer noch das Vertrauen der Jugend zur Courage oder Stumpfheit Ihres Freundes?«, fragte der Ältere. »Glauben Sie, dass ich die Wette verloren habe?« »Das weiß ich sogar,« erwiderte der Andere mit entwaffnender Emphase. »Na jedenfalls hoffe ich es zu Gott.« Das wurde inbrünstig gesagt, beinahe feierlich. Ein paar Sekunden herrschte Schweigen. »Harper«, begann der Doktor wieder und schaute sehr ernst in das vorübergleitende Halblicht, das jedes Mal in den Wagen fiel, wenn sie eine Straßenlaterne passierten. »Mir ist ganz und gar nicht wohl bei dieser Sache. Wenn Ihr Freund mich nicht gereizt hätte durch die verächtliche Art, mit der er meinen Zweifel an seiner Standhaftigkeit abtat, die eine rein physische Eigenschaft ist, und durch die zynische Rohheit seines Vorschlags, dass es der Leichnam eines Arztes sein solle, dann hätte ich die Sache nicht länger mitgemacht. Wenn irgendetwas passiert sein sollte, dann sind wir so ruiniert, wie ich fürchte, dass wir es eigentlich auch verdienen. Was kann denn passieren? Selbst wenn die Sache eine ernsthafte Wendung nehmen sollte, was ich nicht im Geringsten befürchte, so braucht Mencher doch weiter nichts zu tun, als aufzustehen und alles zu erklären. Mit einer echten Leiche aus dem Seziersaal oder mit einem ihrer toten Patienten wäre es freilich etwas anderes gewesen. Also war Dr. Mencher seinem Vorsatz treu geblieben. Er war die Leiche. Dr. Halberson schwieg lange, während der Wagen im Schneckentempo die gleiche Straße entlang schlich, die er schon zwei- oder dreimal durchfahren hatte. Jetzt sprach Halberson von Neuem. Also hoffen wir, dass Mencher, falls er von den Toten hat auferstehen müssen, sich taktvoll benommen hat. Ein Fehler dabei würde die Dinge schlimmer statt besser machen. Ja, sagte Harper. Jaret würde ihn umbringen. Aber Doktor … Er sah auf seine Uhr, als der Wagen wieder an einer Gaslaterne vorbeikam. Es ist schon beinahe vier Uhr. Einen Augenblick später hatten die beiden das Gefährt verlassen und gingen rasch auf das seit langem unbewohnte Haus zu, das dem Doktor gehörte und in dem sie Mr. Jaret gemäß den Bedingungen der verrückten Wette eingeschlossen hatten. Als sie sich dem Hause näherten, begegneten sie einem rennenden Mann. Können Sie mir sagen, rief er, sein Tempo plötzlich mäßigend, wo ich einen Arzt finden kann? Was ist los? fragte Halberson zurückhaltend. Gehen Sie selber nachsehen, rief der Mann und rannte davon. Sie hasteten weiter. Am Hause entlang sahen sie mehrere Leute, die rasch und aufgeregt hineingingen. Nebenan und gegenüber lehnten sich Köpfe aus ein paar geöffneten Fenstern. Alle stellten Fragen und keiner beachtete die Fragen der anderen. Hinter einigen Fenstern mit heruntergelassenen Jalousien brannte Licht, weil die Bewohner sich anzogen, um hinunterzugehen. Genau gegenüber der Haustür, zu der sie hinstrebten, warf eine Straßenlaterne gelbes, unzulängliches Licht über die Szene und schien zu sagen, dass sie ein Gutteil mehr enthüllen konnte, wenn sie nur wollte. Harper, der jetzt totenblass war, blieb an der Türe stehen und legte die Hand auf den Arm seines Begleiters. Mit uns ist es aus, Doktor, sagte er in hellster Aufregung, die seltsam zu seinen leichten, burschikosen Worten kontrastierte. Das Spiel hat sich gegen uns gewendet. Lassen Sie uns lieber nicht reingehen. Ich bin für Vorsicht. Ich bin Arzt, sagte Dr. Halberson ruhig. Vielleicht wird hier ein Arzt gebraucht. Sie gingen die Eingangsstufen hinauf und waren im Begriff einzutreten. Die Haustür stand offen und eine Laterne der gegenüberliegenden Straßenseite beleuchtete den Flur, auf den die Tür führte. Er war voller Menschen. Einige von ihnen hatten die weiter rückwärts liegende Treppe erklommen und warteten, da sie keinen Einlass bekamen, auf gut Glück. Alles redete durcheinander und keiner hörte zu. Plötzlich entstand auf dem oberen Treppen Absatz heftige Bewegung. Ein Mensch war aus einer der Türen gedrungen und durchbrach die Behinderung derer, die ihn zurückhalten wollten. Schon kam er mitten durch die Menge der erschreckten Müßiggänger herunter, puffte sie zur Seite, drückte sie hier platt gegen die Wand, zwang sie dort, sich ans Treppengeländer zu klammern, wirkte sie an der Kehle, prügelte wild auf sie ein, schleuderte sie rücklinks die Stufen hinunter und trat auf die am Boden liegenden. Seine Kleider waren zerrissen, er war ohne Hut. In seinem wilden, unsteten Blick lag etwas, was noch erschreckender wirkte als seine anscheinend übermenschliche Körperkraft. Sein glatt rasiertes Gesicht war blutleer, seine Haare waren schneeweiß. Als die Menge, die am Fuß der Treppe mehr Platz hatte, zurückwich, um ihn durchzulassen, sprang Harper herzu. »Jarrett, Jarrett!« rief er. Dr. Halberson fasste Harper am Kragen und zog ihn zurück. Der Mann blickte ihnen ins Gesicht, offenbar ohne sie zu sehen, und lief durch die Haustür die Stufen hinunter, auf die Straße und davon. Ein stämmiger Polizist, der nur langsam vorangekommen war, als er sich durch die Treppe hinunterkämpfte, folgte ihm kurz darauf und begann die Jagd, und alle Leute in den Fenstern, jetzt nur noch Frauen und Kinder, wiesen ihm schreiend die Richtung. Da die Menschen auf die Straße hinuntergelaufen waren, um die Flucht und Verfolgung mit anzusehen, war die Treppe jetzt halbwegs frei, und so stieg Dr. Halberson, gefolgt von Harper, zu dem Treppenabsatz hinauf. An einer Tür des oberen Korridors verwehrte ein Beamter den Eintritt. »Wir sind Ärzte!« sagte der Doktor, und sie traten ein. Der Raum war voller Menschen, die nur undeutlich sichtbar waren und sich um einen Tisch drängten. Die Neuangekommenen bahnten sich ihren Weg und blickten über die Schultern derer, die in der vordersten Reihe standen. Auf dem Tisch lag, die unteren Gliedmaßen mit einem Laken bedeckt, der Körper eines Mannes, hell beleuchtet vom Kegel einer Blendlaterne, die ein am Fußende stehender Polizist hielt. Die übrigen Personen, außer denen nahe am Kopfende, auch der Beamte waren alle im Dunkeln. Das Gesicht der Leiche war gelb, abstoßend, scheußlich. Die Augen waren halb geöffnet und nach oben verdreht und das Kinn heruntergesunken. Spuren von Schaum besudelten die Lippen, das Kinn und die Wangen. Ein langer Mensch, offensichtlich ein Arzt, beugte sich über den Leichnam und hielt die Hand unter die Hemdbrust. Dann zog er sie heraus und streckte zwei Finger in den offenstehenden Mund. Der Mann ist seit etwa sechs Stunden tot, sagte er. Das ist ein Fall für den Untersuchungsrichter. Er zog eine Karte aus der Tasche, händigte sie dem Beamten ein und ging auf die Tür zu. Räumen Sie das Zimmer, alles raus, rief der Beamte und die Leiche verschwand, als wäre sie weggezaubert worden, da er die Blendlaterne bewegte und den Lichtkegel hier und dort auf die Gesichter der Menge fallen ließ. Der Effekt war verblüffend. Die Menschen, geblendet, verwirrt, beinahe erschreckt, stürzten in einem Tumult zur Tür, stießen und drängten sich und taumelten einer über den anderen, indem sie wie die Heerscharen der Finsternis vor den Lichtspeeren Apollos entflohen. Über die sich sträubende, trampelnde Menge ließ der Beamte das Licht unaufhörlich ohne Erbarmen hin- und herzucken. Eingekeilt in den Strom wurden Halberson und Harper aus dem Raum hinaus die Treppe hinunter und bis auf die Straße geschwemmt. »Allmächtiger Gott! Doktor, habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Jared ihn umbringen würde?«, fragte Harper, so wie sie sich von der Menge entfernt hatten. »Ich glaube, das haben sie getan«, antwortete der andere, ohne sich offenbar über diese Äußerung zu wundern. Sie gingen weiter, Straße um Straße. Gegen den erblassenden Osten zeichneten sich die Behausungen der Hügelbewohner als Silhouetten ab. Der vertraute Milchwagen war bereits munter in den Straßen unterwegs. Bald würde der Bäckerjunge auf der Bildfläche erscheinen, der Zeitungsträger war schon außerhalb der Stadt. »Es kommt mir so vor, junger Mann«, sagte Halberson, »als ob Sie und ich unlängst zu viel von der Morgenluft abgekriegt hätten. Sie ist unbekömmlich. Wir brauchen eine Abwechslung. Was meinen Sie zu einer Europa-Reise?« »Wann?« »Es ist mir ziemlich egal. Ich möchte annehmen, dass heute Nachmittag vier Uhr früh genug wäre.« »Wir treffen uns am Schiff«, sagte Harper. Sieben Jahre danach saßen diese beiden Männer auf einer Bank am Madison Square, New York, im vertrauten Gespräch. Ein anderer Mann, der sie von ihnen unbemerkt eine Weile beobachtet hatte, ging jetzt auf sie zu und sagte, indem er höflich den Hut von seinen Locken zog, die weiß wie Schnee waren, »Ich bitte um Verzeihung, meine Herren. Aber wenn man einen Menschen dadurch umgebracht hat, dass man selber zum Leben erwarte, so ist es am besten, man tauscht die Kleider mit ihm und macht bei der ersten Gelegenheit einen Ausbruchsversuch, um in Freiheit zu kommen.« Halberson und Harper wechselten bedeutungsvolle Blicke. Sie waren anscheinend belustigt. Dann sah Halberson dem Fremden freundlich in die Augen und entgegnete, »Das war schon immer mein Plan. Ich stimme völlig mit ihnen überein hinsichtlich der Vorteile.« Plötzlich hielt er inne, sprang auf und wurde totenbleich. Er starrte den Menschen offenen Mundes an und zitterte sichtlich. »Oh«, sagte der Fremde, »ich sehe, Sie fühlen sich nicht wohl, Doktor. Wenn Sie sich nicht selber behandeln können, so bin ich sicher, dass Doktor Harper Ihnen helfen kann.« »Wer zum Teufel sind Sie?«, fragte Harper Barsch. Der Fremde trat näher, und während er sich zu ihnen beugte, sagte er flüsternd, »Manchmal nenne ich mich Jarrett, aber aus alter Freundschaft will ich Ihnen verraten, dass ich Doktor William Mancher bin.« Diese Enthüllung brachte Harper auf die Füße. »Mancher«, rief er, und Halberson fügte hinzu, »bei Gott, es ist wahr.« »Ja«, sagte der Fremde, unbestimmt lächelnd, »es ist gewiss wahr, kein Zweifel.« Er zögerte und schien den Versuch zu machen, sich an etwas zu erinnern, begann aber dann, einen populären Schlager zu summen. Offenbar hatte er ihre Gegenwart vergessen. »Hören Sie, Mancher«, sagte der Ältere der beiden, »erzählen Sie uns genau, was in jener Nacht passiert ist. Mit Jarrett, Sie wissen doch.« »Ach ja, das mit Jarrett«, sagte der Andere, »ist doch komisch, dass ich unterlassen habe, es Ihnen zu erzählen.« »Ich erzähle es doch so oft.« »Also sehen Sie.« Ich wusste, weil ich ihn laut mit sich selber reden hörte, dass er ganz hübsch Angst hatte. Da konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, wieder lebendig zu werden und mir auf seine Kosten ein bisschen Spaß zu verschaffen. Ich konnte einfach nicht anders. Und das gelang auch, obwohl ich bestimmt nicht dachte, dass er es so ernst nehmen würde. Wahrhaftig, das hätte ich nicht gedacht. Und nachher, na ja, es war eine harte Aufgabe, die Rolle mit ihm zu tauschen. Und dann, Gott verdammt euch, ihr habt mich ja nicht rausgelassen.« Nichts hätte die Grausamkeit überbieten können, mit der diese letzten Worte ausgestoßen wurden. Beide Männer schraken bestürzt zurück. »Wir? Aber wieso? Wieso denn?« stammelte Halberson völlig die Selbstbeherrschung verlierend. »Wir hatten doch nichts damit zu tun.« »Habe ich denn nicht gesagt, Sie wären die Ärzte Helborn und Schaper?« erkundigte sich der Irre lachend. »Mein Name ist Halberson, ja. Und dieser Herr ist Mr. Harper,« antwortete der Erstere durch das Lachen Mensches beruhigt. »Aber wir sind keine Ärzte mehr.« »Wir sind, na ja, zum Henker damit, lieber Freund. Wir sind Spieler.« »Und das war die Wahrheit.« »Ein sehr guter Beruf. Wirklich sehr gut.« »Ubrigens, ich hoffe, Schaper hat Gerrads Geld ausbezahlt wie ein ehrlicher Bankhalter.« »Ein sehr guter, ehrenhafter Beruf«, wiederholte er nachdenklich, indem er sich zerstreut entfernte. »Aber ich bleibe bei meinem Früheren.« »Ich bin erste Offizial der medizinischen Behörde im Bloomingdale-Irrenhaus.« »Ich habe das Amt, den Oberaufseher zu kurieren.« 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 »Ich habe das Amt, den Oberaufseher zu kurieren.«